Ich sagte ja, ich mache noch ein Video, wenn mein Zimmer so halbwegs fertig eingerichtet ist. Wir haben immer noch die Tür mit den schönen pinken Rollo, einen Schlüssel. Frost mit Mordraht drauf. Kartoffelbrei kann ich jetzt natürlich selber machen. Ja, es ist ein Typ Kartoffelbrei, ich weiß, es ist nicht so talentiert und so. Passt aber immer noch Controller-Dings. Mein Schreibtisch ist jetzt endlich mit PC da. Endlich kann man zocken. Headset, Magnesium-Tabletten, Gläser. Das sehr bald 6-stellige Regenbogen-Glas ist für Tabletten und auch das für Magnesium. Ein Lufterfrischer, ganz gesund. Meine Verkabelung hier hinten. Geht voll. Dann habe ich jetzt zwei Stecker, Besenstiele. Damit boxen wir uns öfters. Kartons, Fritz-Cola-Flaschen, Wäsche. Ein Kasten. Ich trinke immer noch keinen Alkohol. Also nicht, dass ich jetzt denke, ich trinke Alkohol. Ein Bett. Keine Luftmatratze mehr. Ehre. Laptop. Zwei Drohnen mit denen ich... Ja, die sind halt zum Spielen. Ein Laptop für Schule. Playstation. TV. FIFA Updated Grad. Let's Go. Controller-Porte. Gameboys. Ein paar PSN-Cards. iPhones. Konsolen. Hier drinnen in den Tube-Fach. Das sind meine PS2-Spiele, Nintendos und so weiter. Ist auch noch zum Zocken. Da unten haben wir weitere Geräte. Nintendo Switch Lite. Hier die normalen Nintendo Switch. Nintendos. Alles drum. Welche... Das schwarze hier. Ist eine TV-Antenne, dass ich hier in meinem Zimmer TV-Ampfang habe. Denn ich habe keinen Anschluss. Der Giga Cube. Mit Huawei Design. Meine Lebensrettung. Denn wir haben kein eigenes Internet. Dieses Ding rettet mein Leben. Übrigens das Glas Nutella, was schon seit Anfang an hier steht. Nochmal FIFA Points. Schulsachen. Tablet. Fußballschule. Das Luftterminal ist immer noch da. Verteiler. Verteiler. Hier hinten ist noch ein Verteiler. Und der Verteiler. Ich habe vier Verteiler. Ja. Ein bisschen Müll. Das ist mein Zimmer. Noch die PS4-Spiele. Die hatte ich nicht extra erwähnt. Ja. Das ist mein Zimmer. Wie es jetzt aussieht. Geplant sind für hier die Wand noch. Äh. So Regale. Also so Bretter. Wo ich Sachen draufstehen kann. Darüber soll noch ein Regal hin. Für Bretter. Und die Controller. Das. Was da jetzt steht. Also nicht das Essen. Aber das soll da hin und da rauf. Wo jetzt hier Milch und alles mögliche draufsteht. soll noch ein Mini-Kühlschrank hin. Dann ist noch von dem Fußballfeind, wo ich jetzt anfange. Hier ein Schal geplant. Für übers Bett. Ja. Das wird noch. Dann. Das ist jetzt mein Zimmer. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Mal sehen wir. goldbefleisch. Untertitelung des ZDF, 2020